Hallo und herzlich willkommen, das ist nur eine kleine Info und zwar, dass jetzt, dass ich mir nochmal eine kleine Auszeit nehme, weil ich stecke gerade in einem richtig tief drin, das habt ihr auch gemerkt, weil jetzt nur noch Shellshock live kam, mal zwei Folgen gegen einem, ähm, wegen, ähm, verdammt, dem Fell. Dass der mir, äh, bei Skyrim dabei war, ansonsten habe ich, äh, selbst gerade irgendwie so ein schönes, kleines Tief, weil ich nicht weiß, was, äh, bei euch gut ankommt, was, äh, ihr ganz gerne sehen wollt. Äh, ich weiß, dass dadurch auch wegen dem Shellshock live folgen, dass mir zwei Abonnenten abgesprungen sind, das finde ich, äh, ziemlich schade. Ja, ich hoffe, ihr schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt, ob neue, alte Projekte, ist mir egal. Ich möchte ganz gerne mal wissen, was ihr so ganz gerne, äh, sehen möchtet. Ich bin nicht nur, äh, mir macht das Aufnehmen sehr viel Spaß, aber im Moment habe ich, äh, irgendwie ein komplettes Tief. Es ist wirklich so, Leute, ein komplettes Tief. Ich komme, äh, wenn ihr mir bitte daraus helfen würdet, ey, ich verspreche euch, ihr seid meine Community. Ich möchte für euch die Videos bringen, weil es mir Spaß macht, euch, äh, Freude zu verbringen, euch den Tag zu verschönern. Ich hoffe, ihr hilft mir, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall mit den hochgeladenen Videos auf jeden Fall Spaß. Die Woche, äh, es können ein bis zwei Wochen sein, heißt bis Ende des Monats könnten bei mir keine Videos kommen. Danach sicherlich wieder, wenn ihr mir daraus geholfen habt. Ich sage dann aber, ich bedanke mich jetzt schon mal herzlich und ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.